Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf Jura Climbs. In der heutigen Episode schauen wir uns mal an, wie ein Kletterführer entsteht. Der druckfrische Führer aus unserer Region ist kürzlich veröffentlicht worden und wir haben ein Interview geführt mit dem Kletterführerautor Eberhard Ziegelmeier und Ronald Nordmann vom Panico Alpin Verlag. Sie geben uns Einblick in den Prozess, was notwendig ist, um einen Kletterführer zu erstellen. Im Anschluss gibt es noch ein paar Impressionen von der Release Party. Viel Spaß beim Video. Ich bin der Eberhard, Klammer auf Ziegelmeier, Klammer zu. Viele Kletterer kennen mich hier in der Region als Autorin des bisherigen Kletterführers südlicher Frankenjura. Heute ist der besondere Tag, jetzt gibt es praktisch die nächste Auflage, vierte Auflage, beziehungsweise erste Auflage bayerischer Jura. Der Titel hat sich geändert, der Umfang ein bisschen verändert auch. Ja, und heute ist praktisch die Release-Fete, wo alle hier eingeladen sind bei mir in Regensburg, die an großer oder kleiner Stelle entscheidend mitgeholt haben, woanders das Buch zu einer Druckfähigkeit gelangt. Heute ist Release. Der Ronny oder Ronald Nordmann. Ich bin vom Panico Alpin Verlag. Für mich war es klar, wenn es irgendwie geht, komme ich nach Regensburg. Ich freue mich mega. Es lässt sich immer so, dass sich eine Auflage einfach abverkauft hat und dann fragen alle, wann es etwas Neues gibt. Und dann kommt immer so eine kleine Interimszeit, wo es eben dann gar nichts gibt und dann fängt man eben an, seine gebündelten Informationen wieder zusammenzutragen und ein Layout zu erstellen und einen Verlag zu fragen, wie man da zusammenarbeitet. Und dann wird das so, ja, Woche für Woche wächst man so zusammen und hat dann als Ziel, nicht nur einen Aufguss zu machen von einer bisherigen Auflage, sondern es war die Intention, nicht nur den Titel zu ändern, beziehungsweise Jura, sondern einfach eine Bebilderung neu zu machen, Inhalt auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen und dann neue Sachen mit reinzubringen, dass so der Stand der Kletterei in der Region ganz top aktuell dargestellt ist mit frischer Bebilderung. Ja, ich habe jetzt bei der Auflage gar nicht so viel direkt mit dem Projekt zu tun gehabt. Das machen bei uns dann einzelne Mitarbeiter, die dann eigentlich von A bis Z den Prozess begleiten. Es ist natürlich schon immer so, dass ich dann auch mit den Autoren zwischendurch Kontakt habe. Der Eberhard war auch im Frühjahr beim Autorentreffen bei uns auf der Schwäbischen Alb. Dann bespricht man auch manche Dinge. Und also die Fügung bei allen Projekten und ganz besonders hier ist vielleicht, dass der Eberhard ein Perfektionist ist und wir Schwaben, ja, uns hängt dieser Ruf eh auch an. Und dann stachelt man auch so an, man tauscht sich ja dann auch aus, gibt gelayoutete Seiten, man gibt wieder ein Feedback und ja, also dann, das Ende vom Lied ist eigentlich immer, es dauert deutlich länger, als man sich am Anfang gedacht hat. Zählt einfach das Motto, gut, Ding braucht Weile. Also ich denke, man sieht es dem Buch jetzt auch an, dass da ganz viel passiert ist im Vergleich zur vorigen Auflage. Ja, wahres Wort eben, Perfektionisten, Roni und ich, im positiven Sinne, und zwar auch zwei Buchfreaks, Treffen aufeinander, um ein bestmögliches Ergebnis irgendwo rauszubringen. Und Perfektionismus im positiven Sinne hat dann das Werden des Buches bestimmt. Und man ist schon so gegenseitig, irgendwo beflügelt man sich, was Fotografie betrifft. Und zum Schluss geht es dann auch bei den PDF-Layouts und kleinsten Korrekturen. Da geht es immer hin und her wie beim Ping-Pong. Und von den letzten Korrekturen, die letzten Komma-Setzungen, die letzten Bildänderungen, die letzten Topo-Updates, das geht dann wirklich so im kleinsten. Und das ist heute Finale. Am meisten Spaß macht Klettern selber, auch zu neuen Felsen zu kommen. Fotografieren macht Spaß, vor allem wenn die Ergebnisse dann gut sind. Und ja, Texten macht auch Spaß, wenn man einen Text so verfasst, dass er gleichzeitig informativ ist, witzig, vielleicht ironisch. Und man hofft, dem Leser ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das klappt nicht immer, aber wenn einem das gelingt, das macht auch Freude dann. Mir macht am meisten Spaß, das Puzzle zusammenzufügen. Das ist wie früher beim Eisenbahnspielen. Da war aber das Spielen, wenn die Eisenbahn vorgaben, nicht so das Ding. Das war Bauen an der Modellanlage. Und so ist es jetzt beim Büchermachen auch. Also diese Teile zusammensetzen und was zu kreieren, was man ins Haus geliefert bekommt, das macht am meisten Spaß. Das Buch, das natürlich das Fertige zu sehen, macht auch Spaß. Aber da muss man ja wissen, da ist bei uns eigentlich schon das nächste Buch wieder in der Mache. Wir geben das ja an die Druckerei. Das ist auch ein schöner Moment. Und in der Gruppe wie heute Abend, das ist natürlich dann auch ganz was Besonderes. Das gibt es nicht oft, aber eigentlich ist das Basteln an dem Buch, so wie Basteln in Naturbewegungen rauszufinden und so, ist das, was am meisten Spaß macht. Also das Klettern selber. Ja, genau, das Thema, das Teamwerk. Ja, das Teamwerk ist es, also man kann mit extrem vielen Leuten kommunizieren und es ist für mich auch extrem vitalisierend mit allen, die da so mithelfen, ob es Fotografen sind oder Kletterer, mit allen immer zu kommunizieren und damit auch so die junge Generation irgendwie so mit zu begleiten. Und es macht mir echt viel Freude auch, dieses mit allen in Kontakt zu bleiben. Und das ist auch das Schönste, ja. Das sieht man dem Buch dann auch an. Der Eberhard ist hier einfach so eine Figur, der bringt ganz viele zusammen, der vernetzt die Jugend mit den Alten. Und ja, man merkt es dem Buch jetzt an, dass da auch so ein bisschen eine neue Generation mit reinkommt. Ja, 2009 war die erste Auflage, jetzt 2022 die vierte Auflage. Ja, das sind jetzt 13 Jahre, da hat sich auch was geändert. Wenn man damals 2009 irgendwie das Gefühl hatte, naja, ob dann aber was nachwächst irgendwie, nach uns kann eh nichts Wichtiges mehr kommen. Jetzt, 13 Jahre später, sind ganz andere Leute auch leistungsfähig, umklettern vor Ort und haben einfach diesen ganzen Kulturraum so aufgesogen wie dieser Schwamm. Und wenn man seinen Teil dazu beigetragen hat, das weiterzugeben an die nächste Generation, dann war das genau auch im Sinne des Erfinders. Na, arbeiten tut man eigentlich immer so ein bisschen, also im Sinne von Informationssammlung und Topo aktualisiert halten, aber dann von der Absichtserklärung, Abstimmung mit dem Verlag bis zu dem, dass es jetzt druckreif ist, eineinhalb bis zwei Jahre etwa, ja. Ja, also da machen sich viele Nutzer auch, glaube ich, kein Bild, wie viel Passion, wie viel Einsatz da dahintersteckt. Also angefangen beim Autor, der dann ja schon eigentlich auch die Jahre vorher schon dokumentiert und Aufschreibe sich macht und ein Korrekturexemplar vielleicht führt und dann geht es irgendwann im Verlag los, aber auch da, wir wollten ursprünglich mal im Sommer des Jahres fertig sein, der Eberhard. Ihm war es auch wichtig, dass er mal wieder was anderes im Kopf haben kann, als immer dieses Projekt, aber es hat ein halbes Jahr länger gedauert. Diese ganze kleine Arbeit, man macht sich keine Vorstellung irgendwie, wie oft, dass ich da in die Wälder fahre und Topos zeichne, meistens im Winter, wenn keine Blätter auf die Bäume sind, das ist ein Minus 10 Grad mit der Thermosflasche und dann fährt man irgendwann nochmal raus und fährt nochmal raus und dann gibt es da wieder was Neues und da einen neuen Umlenker und da gibt es eine neue Tour. Man ständig so der Schwamm irgendwie, um das alles aufzusaugen, Informationen und dann habe ich die Informationen, muss ich wieder rausfahren. Ja, und diese ganze Klein-Kleinarbeit ist halt auch dann meinem Perfektionismus geschuldet, aber ja, man will halt auch sich nicht vorwerfen lassen, man wäre nicht irgendwie aktuell in seinem Informationsstand. Das ist ja eine sehr vielfältige Region, das geht los mit dem Altmühltal. Für die Menschen, die jetzt so in der Halle sozialisiert werden, eher ein undankbares Gebiet, würde ich mal sagen. Die Kletterei ist höchst technisch anspruchsvoll. Nichtsdestotrotz irgendwie was ganz Besonderes und hier wurde ja auch Geschichte geschrieben. Es gibt den Donaudurchbruch, der vom Charakter her ganz anders ist, auch landschaftlich nochmal da einen draufsetzt, würde ich sagen, mit dem Kloster Weltenburg. Ich kann mich gut daran erinnern, bei unserem ersten Treffen, da ist man dann übergesetzt und dort noch im Biergarten gesessen, das ist eine ganz, ja, also eine ganz runde Sache. Dann gibt es das, wir waren auch mal im Natal, da dachte ich, ich bin im fränkischen Unterholz. War auch sehr schön, vom Charakter auch wieder ganz anders. Löchriger Fels, steil, griffig. Wir waren in Schönhofen, auch als da ordentlich was los war, der Tag war nicht mehr so schön, aber es war jemand da, der auf der Highline gelaufen ist. Ja, also das ganze Gebiet, da ist für jeden was dabei. Also super abwechslungsreich. Und was mich jetzt erstaunt hat, wie viel Neues nochmal, ja, entdeckt wurde, erschlossen wurde. Also so viel wie eigentlich in keiner Auflage zuvor, würde ich sagen. Ja, und deswegen lohnt es sich auch einfach, weil der Bereich des Kletterführers auch nochmal ausgedehnt wurde. Wenn man jetzt von hier sieht, ehemals südlicher Frankenjura, dann wird eigentlich jetzt der Anschluss hergestellt, so beim Truppenübungsplatz Hohenfels, zum Sebastian Schwertner, seinen nördlichen Frankenjura, südlicher Band. Und insofern kein Schulterschluss, aber so die geografischen Räume sind jetzt da aneinandergekommen. Also eine Ausbildung des Gebietes bis Fehlburg, bis Hohenfels und auch die Bereiche der neuen Klettereien dort sind eigentlich nicht so für Extremkletterer, sondern auch eher so für den Kletterer, der sechster, siebter Gradkletterer ist auch einiges dabei, was sich wirklich lohnt, mal hinzufahren. Auch kuriose Ziele und auch Ziele, die halt so eine Oberpfalz einfach Erholungswerte darstellen. Ich bin ein sehr häufiger Gast am Kanal, sondern bist auch sehr aktiv in der Region unterwegs. Welchen Anteil hast du zum neuen Kletterführer beigetragen? Eigentlich gar keinen. Hin und wieder habe ich mal die ein oder andere Tour saniert und da habe ich aber neue Haken gesetzt. Und dann hat am Eberhard natürlich immer fleißig Falschinformationen untergejubelt, die dann hoffentlich immer verkehrt dem Kletterführer auch mit eingenommen worden sind. Nee, Schmarrn, ich habe natürlich immer alles richtig berichtet. Und genau, ich hoffe, dass alle Xe jetzt auch wirklich vom Panikoverlag an die richtige Stelle hingesetzt worden sind. Also die meisten Fotos sind eigentlich entstanden, wo einfach beim Klettern, weil wir halt, wenn man den ganzen Tag draußen am Fels ist, hast du ja eh Zeit, Postpause. Und dann war das meiste einfach so nebenher, locker aus der Hüfte geschossen. Gute Kletterbilder halten so die Essenz des Kletterns fest, weil du halt dieses Gefühl, wenn du dir an die Touren, an den Zug erinnerst, also das muss ja auch gar nicht selber sein, aber einfach dieses, den Moment so lebendig machen. Also ich finde, da gibt es kein besseres Mittel als ein Foto, um das schön festzuhalten. Es ist ja viel mehr als ein Stück Fels und Kraft. Und das, was die Leute, was jeden selben zum Klettern motiviert, steckt halt in so einem Bild drin, finde ich so. Wovon wir träumen, wo man ja nachdenkt, wo man vielleicht auch, wenn man die Route ja gerade projektiert oder macht, also man hängt ja da auch irgendwie fest. Und einfach dieses, es ist schön. Und da bleibt für mich dann auch durch so Bilder einfach was beim Klettern. Und ich finde es auch wunderbar, wenn du halt noch einen Bezug zu diesen Leuten hast, auf den Bildern, das ist natürlich dann was Besonderes, die auch persönlich zu kennen. Eigentlich ist es immer sehr cool, wenn der Betrachter irgendwas davon mitnimmt. Und sicherlich gibt es für mich persönlich irgendwelche Vorlieben, wo ich schon sage, so ist in der Situation das Bild cool und stimmig. Es muss eigentlich etwas auslösen. Es kommen dann viele Komponenten zusammen, wenn es passt. Also mir persönlich am wichtigsten ist, glaube ich, Sueño de Paz am Lernkopf, weil ich halt dasselbe Einbord habe. Empfehlung wäre auf jeden Fall die Gülligkante für die harten Muffer. Also was mich mal auf jeden Fall freuen würde, wenn irgendwann mal irgendwer sich in die Maihöhle in Essing verirrt und Back to Black probiert oder mal klettert. Und ansonsten ist noch Eudämonologie in der Homöhystase ganz gut. Also bei mir ist bei den Harten Muffern definitiv das Tauletuk. Am Klaus-Fels? Am Klaus-Fels. Das ist vor allem in dem Grat halt. Also im oberen zehnten Grat ist wirklich einfach geile Züge. Also nicht so wie sonst sind wir bei uns im Altmitteil so grätzig, sondern einfach coole Züge, coole Boulderzüge. Und so von den Bewegungen finde ich tatsächlich die 1958 in der Kastelhöhle ziemlich lohnend. Also es ist einfach mal was anderes. Wir sind jetzt hier mit einem der fleißigsten Neuerschließer unserer Region, dem Martin Erl. Martin, welche neuen Felsen sind mit dazugekommen? Von deiner Seite aus, was sind so die Highlights im neuen Kletterführer? Töging und Grögling auf jeden Fall. Töging ist für jeden was dabei. Bis circa 8 Minus. Eine Tour steht noch aus. Die wird nächstes Jahr abgehakt. Grögling wird ein bisschen schwieriger. Es geht so ab 6 Plus los. Schönes Plattengeschleiche. Bisschen kräftig im Überhang. Macht auf jeden Fall Laune. Du bist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren hier aktiv als Routenerschließer unterwegs. Was zeichnet die Region für dich aus und warum bringst du dich da als Routenerschließer so aktiv ein? Zum einen, weil ich Zeit habe, weil es Spaß macht und weil es doch noch einige Linien gab, die vielleicht für andere uninteressant waren. Und ich habe mir gedacht, probieren wir es mal aus, schauen wir mal hoch. Und meistens ist noch einigermaßen was Gutes draus entstanden. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr auch Interesse habt an dem neuen Kletterführer Bayerischer Jura, der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video, um unsere Arbeit zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal auf Jura Climbs. Ciao.